So, hör dich jetzt bitte mit der Ruhe. Wo ist der Typ mit diesem Dinggewehr? Da! Er hat sich wieder verzogen! Sack! Jetzt müsste er tot sein. Hoffe ich's zumindest. Nee, nee. Ähm. Äh. Angriff! Ja! So, ich will wieder so ein Ding haben. Das war mir jetzt zu blöd irgendwie. Shotgun taugt mir mehr. Ich weiß. Irgendwas mache ich nur wieder mit dieser Waffe falsch, denke ich. Aber keine Sorge. Ich regle das auch schon mit der Shotgun. Hm? Bacta gunn. Bacta gunn. Wow. Okay. Wo kam der jetzt hin? Fixer muss jetzt einen Moment warten. Okay. Äh. Hier oben musste... Scheiße. Ich übertrage jetzt die Umriss-Taten. Kommt Ihnen das Schiff bekannt vor? Das ist General Grievous' Schiff. Was? Kommandant der Droiden, aber vier Jungs, sollte er dir auch kein Schiff tun. Ja, 388. Redet sich wieder selbst ins Wort. General Grievous. Ich... Ich... Ich hab da echt ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Wie jeder weiß, Grievous ist der nette kleine Druid, den Obi-Wan gekillt hat. Oder Obi-Wan hat mit ihm auf jeden Fall gekämpft. Aus dem Schatten. Uh. Uh. Leader, das ist der Zellentrakt. Tafel muss da drin sein. Los. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Geh in Position. Okay, Leute. Sie warten auf uns. Mir geht die Munition. Mal sieben ist einsatzbereit. Bleh. Wir sichern. Wer denn? Achtung. Ah, Gott. Fuck. Ich hasse Trandoshana, man. Boah. Der 6-2 ist jetzt schon tot. Wir sind so in die Falle getappt. Das ist nicht wahr. Warum hilft mir denn jetzt? Oh, scheiße. Jetzt sind alle gleich tot. Ach, Quatsch. Echt? Oh, Mann. Was ist denn da geschehen? Alle. Was mach ich denn hier am besten? Sie kommen hier runter. Sie verfolgen uns. Okay, Leute. Sie warten auf uns. Ich mache jetzt weiter. Gut, ich regle das hier. Achtung, Renate. Warum habe ich dieses Ding jetzt? Positionieren Sie sich hier, Delta. Oh, Gott. So einer ist das. Kein Wunder. Hinter mir. Ja, ich weiß. Oh, Gott. Fängt Gott. Hier fehlen noch welche. Hä. Okay. Alter Finde. So, hi. Ist Taful jetzt da? Wir würden gerne Wookie Taful mitnehmen. Wir müssten einen Termin haben. Oh. Ich hoffe, das ist nicht Wookie Taful. Äh. Wow. Oh. Weg, weg, weg. Oh, der hat einen Schock. Äh. Jo. Hier ist so ein Kerl. Spaß. Ich liebe es. Was? Er hat ihn zertrampelt. Er hat diese Krabbel zertrampelt oder was? Was ist das? Huh. Kann ich das? Ist es jetzt auch ein Bumpe? Ich habe keine Ahnung. Er hier lebt noch. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Hacken Sie sich in das Sicherheitsnetzwerk der Trandos, um die Zelle zu öffnen. Okay, ich haue mal das Tafel. Hacken Sie die verdammten Protokolle. Hier kommt doch jetzt irgendwas. Das kann doch nicht sein, dass wir... ...zehn Sekunden... Cooler Schatten. Wo kommt der her? Von nirgends. Oh. Ich mach das schon. Äh. Ich hätte hier getroffen. Eine Sekunde noch. Kommt da. Gar. Ich brauche hier. Guck mal, das. Gut. 4-0. Heckt das weiterhin. Wir kommen nicht durch die Tür. Sie haben sie blockiert. Es ist nicht nur sauer, das ist was Persönliches. Okay, der Wookie ist da. Äh. Wookie, du was? Radikale Umstrukturierung initialisieren. Bin unterwegs. Alien getroffen. Perfekter Schuss, Kamerad. Ich habe so viele Granaten. Fertig. Ist okay, George, sage ich. Scorch, lasst hier nur Zeit. George, das treue Mitglied von Noble. Ja, auch mal schön, den wieder zu sehen. Los, Wookie, los. Oh, okay. Ah, das kann ich nämlich auch. Oh, Mann. Sonst geht es allen nicht so gut. Wie ich merke. Warten bleiben. Ah. Hier ist so ein Wookie-Schießding. Das brauche ich aber nicht. Alter, der überrennt mich doch gleich. Vor allem diese sexy Texturen. Boah, es leckt schon wieder. Was ist denn los hier? Ah, was ist denn los? Es leckt so. Beinhard. Beinhard. Da ziehen Sie eine Falle. Nee, keine Falle. Was war. Wie Sie meinen. Delta, panzerbrechende Munition. Ach, Quatsch. Eine Falle, wie immer. Los, Wookie. Geh da auf. Panzerbrecher-Mission. Runter kommen Sie alle. Okay, schick. Oh, Gott. Hey, wieso? Befehle beibehalten. Boah, jetzt kommt der Wookie. Er brüllt ihn einfach nur an. Schlag ihn zu Tode mit deinen Pranken. Er tritt nach ihm. Wow. Er schlägt zu. Er schlägt zu. Er schlägt zu. Ich komme von hinten. Damit rechnet er nicht. Ah, jetzt habe ich den Wookie angeschossen. Das leckt again. Boah, der hat aber echt noch zu viel Kraft bei der... Ah, der Wookie ist tot. War das nicht Taful? Gott, ist das eine Kack und der ist federleicht. Oh Mann, ich fühle mich jetzt schuldig. Ah, wir haben den Wookie sterben lassen. Jetzt ist er weg. Die Trandos sind so schnell in ihren Machenschaften, dass sie ihm bereits das Feld abgezogen haben. Achtung, Medikamente! Wir haben den Wookie getroffen. Nicht übel. Okay, jetzt... 6-2 hat erwescht. Verdammte Exen. Was hat 6-2 da jetzt? Kann sich mal da jetzt einer heilen? Wow, haltung. Ich bin wieder zu sehr nicht auf mein Team konzentriert. Ich muss die auch wieder ins Formulung bringen. Diese ganze Scheiße mit Vorrennen und alle platt machen, ich bin so niedrig. Noch ein Überlebender. Ziemlich großer Borsche. Ist es Tafull? Das ist nicht Tafull. Er sagt, wir haben Tafull vor ein paar Minuten weggebracht. Okay. Holen wir ihn hier raus. Ah, es leckt so sehr. Was ist denn los? In was habe ich, glaube ich, noch hinterfordert offen. Es dürfte sich aber gleich wieder fangen. Also, keine Angst. Warum hat 6-2 jetzt schon wieder was? Okay, Großer. Erledige ein paar böse Wichte. Zwei Wookies? Nee, der eine schon drauf. Ich werde ein Wookie kann das. Oh Mann. Sogar Delta ist von mir enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben. Können wir hier weiter? Nee, ne. Na, was habe ich gesagt? Danke für die Hilfe, Krieger. Oh. Will er hin? Danke. Ey, warte, warte, warte. Ich komme. Er ist genau in Ihren Suchscheinwerfer gelaufen. Was hat er gesagt? Später, der hinter Team. Konzentrieren Sie sich auf Tafu. Was später? Oh, fuck. Wir müssen jetzt wissen, was er gesagt hat. Wo wir hin müssen. Und wo Tafu ist. Dass sie ihn weggebracht haben, bringt mir auch nichts. Wohin? Ach Gott, her damit. Sie werfen nur mit Granaten. Mann, ey. So, kurz durchladen nochmal. Okay, das ist echt jetzt Haarspalterei. Ich weiß, aber kommt schon, ihr kennt mich. Geil, das tat gut. Finden Sie Tafu. Ich tue mein Gebästisch, aber ganz ehrlich. Ohne künstliche Intelligenz in meinem Kopf fällt es mir relativ schwer, hier jemanden zu finden. Denn der Berater macht jetzt auch nicht unbedingt den besten Job. Springt einmal als Dolmetscher ein, aber das ist auch nicht so... Was machst du hier unten überhaupt? Voll der hässliche Helm. Randoshana eliminiert. Feind neutralisiert. Oh, hi. Äh, okay. Er steht mit dem Rücken zu uns und schießt an seiner Hüfte vorbei nach hinten. Mann, das ist ne geile Sau. Die Leibwächter. Grievous Schiff läuft schon warm. Gehen Sie sofort zum Landeplatz. Nehmen Sie die Abkürzung durch das Trandoshana-Nest. Beeilung, bevor es zu spät ist. Okay. Oh, die Abkürzung durch das Trandoshana-Nest. Hauptschein, so viele Feinde wie möglich aufmerksam machen auf uns. Das ist kein Scheinwerfer, oder? Ne. Das ist trotzdem ja alles... Uah. Relativ kacke hier. Ah, es leckt schon wieder. Was ist denn los? Das ist kein Scheinwerfer. Das ist ein Scheinwerfer, den hab ich. HUS! Was war denn da hinter ihm? Oh, Mann, Scott, schrei nicht so rum. Ich mein, uh. So ein paar Verbrennungen, also so oft wie Sieben bereits verbrannt ist, würde ich mal nicht so rumholen. Ganz ehrlich. Sieben bleibt da jetzt mal stehen und guckt, ob er etwas rauskommt. Nee, ist natürlich... Da muss ein Nest sein. Macht Sie Platz, wir wischen Sie dann weg. Wir wischen Sie. Was denn? Mag da Prozedur einleiten, Delta? Ja, wir sind hier das. Ihr öffnet die Tür. Okay, Leute, die wissen, dass wir kommen. Also seid laut und böse. Ja, Sir. Erst leise und tödlich, jetzt laut und böse. Uh. Was stinkt hier denn so? Hängen Sie diese Tür, Kälter. Was stinkt denn? Vielleicht ist es auch Grievous. Oh, cool, diese Musik. Hoffentlich müssen wir nicht gegen Grievous ankämpfen, denn dann sterben wir, weil... Haken Sie endlich das Terminal-Kommando. Kein Problem, Team hier. Warum muss das jetzt ausgerechnet Sieben tun? Ja, Sir, ich habe... Boah, ist das so. Genehmigen Sie sich etwas weiter. Wir sind schon unterwegs. Ich höre Wookis und Granaten. Haken Sie das Terminal-Kommando. Haken Sie das Terminal-Kommando. Oh, Mann. Nee. Wollen wir mal formieren. Formieren. Oh, hi. Nein, warum ist der denn jetzt plötzlich draufgegangen? Delta-Team, neue Befehle. Finden Sie heraus, ob Grievous wirklich auf Kashyyyk ist. Höchste Priorität. Sehen Sie ihn in der Nähe des Schiffs? Finden Sie ein Fenster oder eine Luke. Wir brauchen die Bestätigung. Grievous ist hier. Alle sterben. Das ist doch ein totaler Mist, wenn hier... Wenn hier die ganzen Wookis sterben. Wir brauchen die Wookis, glaube ich. Ich meine, das ist ihr verdammter Planet. Warum sterben die denn? Es sind... Es sind mehr... Hä? Verarsch der mich? Warte mal. Okay, jetzt sollte es sich überlegen. Ich meine, es gibt mehr Trannos auf dem Planeten als Wookis. Und Wookis leben hier. Bestätigen Sie Grievous Anwesenheit auf Kashyyyk. Okay. Wie? Wenn unterwegs, warte auf weitere Befehle. Wir haben Sichtkontakt zum Landeplatz. Oh, scheiße. Grievous. Oder eindeutig identifiziert. Was will er? Verdammt. Die haben uns gesehen. Runter. Vorwärts Tempo. Der verpisst sich einfach. Was zum Teufel war das? Platzierer Springsatz. Okay. Der hat auch seine Magna-Wachen dabei. Also seine Leibwächter. Brauche Deckung. Das ist alles echt nicht schön. Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot. So ein dämlicher Mantel und so. So richtig Pseudo-Yedi-Sith-mäßig. Aber das bringt mir ja nichts. Ich will die töten. Oh Mann. Seriously? Ach, sieben. Was ist denn das hier überhaupt für eine Bomben-plazier- Platzierung hier? Genehmigen Sie sich etwas, Vakta, und Vasta! Ich halte ihn jetzt eben zu Ende und dann würde ich sagen, ich speichere. Ich glaube, die Aufnahme war jetzt etwas kürzer als normal. Ja, genau. Und, ähm, joa, wir bringen das hier kurz und knackig zu Ende, weil ich glaube, das Ende ist echt nicht mehr weit. Obwohl in Kashyyyk passiert, glaube ich, noch so ein bisschen was. Naja, danke fürs Einschalten. Lasst mich wissen, wie ihr es fandet und schaut auch nochmal bei unserem Spartan Ops Let's Play rein. Das ist ziemlich unterhaltsam, wie ich finde. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.